Ich bin Rebekka Dreyer, ehemalige Leistungsschwimmerin mit Doping-Affäre, 32 Jahre alt und wahrscheinlich für den Rest meines Lebens alleinerziehend. So, herrje, dann legen wir mal los. Also, wir haben ja einiges vor uns heute. Das heißt, Sie sehen ja schon ganz gut aus. Ich war vorbereitet auf alle Luxusprobleme unserer Wohlstandsgesellschaft. Kardiotraining. Auf Intrigen von gefrusteten Frauen und hilflose Annäherungen von testosteronarmen Männern. Ich kann nicht mehr. Besonders Sportler, die durch einen uneffektiven Stoffwechsel gehandicapt sind. Die einzige Person, die mir noch gefährlich werden konnte, war meine Kollegin Saskia Sommer. Das fühlt sich auf jeden Fall schon sehr gut an. Wir brauchen zunächst intensives Kardiotraining. Ich scheine an großen Spaß am Quälen zu haben. Kommen Sie mal mit. Tief einatmen. Und ausatmen. Und? Ich kann nicht mehr. Der Nerv. Langsam. Langsam. Also, wenn ich hier drücke, dann müsste es eigentlich besser werden. Hallo, Sander. Kommen Sie mal runter. Das könnte interessant werden. Vielleicht noch ein bisschen tiefer? Hier? Ja. Oh ja, genau da. Vorsicht, ich dreh Sie jetzt, ja? Wir müssen versuchen, den Musculus Serratus Posterior zu dehnen, um den Pass Lombalis wieder einzurenken. Was? Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Ein Monat Personal Training. Bei Ihnen. Wo bist du? Was?